Mauern gehen hier, ich habe hier noch keine Möglichkeiten, Mist. Jetzt muss ich nochmal weiter rumbauen. So, dann haben wir es zumindest wieder abgeschlossen, das ist schon mal ganz gut. Dadurch, dass die Map nicht immer neu generiert wird anscheinend, kann man halt besser wahrscheinlich für die Zukunft planen, dass man die Mission dann doch irgendwann schafft, wenn man das nicht direkt hinbekommt. Wahrscheinlich nicht verkehrt. Dass man entsprechend frühzeitig weiß, okay, wenn die Gegner von euch bekommen, dann von da, dann muss ich mich entsprechend verteidigen, dann muss ich mich drum kümmern. So was halt. Vier Steinbruch macht vier Steine pro acht Stunden. Dass wir da auch mal ein bisschen was haben, damit ich entsprechend auch bauen kann, damit ich eine Kaserne bauen kann. Dass ich möglichst früh aufräumen kann. Das Ding ist auch, wenn hier die Horden ankommt, und ich meine, die reißen dann die anderen, die herumstehenden Gegnern auch zum Teil mit. Von daher, im Idealfall, zumindest bei den letzten Wellen, bei den großen Wellen, war das das letzte, war das im freien Spiel so. Von daher, es bietet sich an, möglichst früh halt möglichst viel zu beseitigen. Oh, wahrscheinlich müsste ich hier mehr Mauern machen, dass ich hier nochmal eine Mauer außenrum baue. Damit es nicht ganz so kritisch ist. Wenn irgendwo eine Schwachstelle sein sollte. Ich brauche Gold. Ich habe überhaupt kein Gold. Faszinierend. Trotzdem baue ich mehr Häuser. So, hier muss niemand durchkommen. Hier muss überhaupt niemand durchkommen. So. Wunderbar. Das passt. Der Train. Ich kann hier die beiden Mauern einfach so nacheinander machen. Vielleicht hilft es ein bisschen besser. Vielleicht mag das Spiel das lieber. Das ist zu dicht am Gegner drin. Ja, jetzt wird er hier von der Mauer angezogen. Okay. Neun Steine sind es. Ich brauche 20. Ja, jetzt kommen sie hier näher. Okay, ich brauche Nahrung. Natürlich brauche ich Holz. Was ist denn noch sonst? Holz kann man, wie gesagt, immer gebrauchen. Hier machen wir das so viel draus. Plus 35 ist halt schon echt nicht wenig. Für den Zeitraum. Na gut, ich habe hier Holz voll. Also im Moment brauche ich es tatsächlich nicht. Vorwegen kann man immer gebrauchen. Die Aussage ist damit gerade widerlegt. Habe ich Quatsch erzählt. Wie es manchmal halt so meine Art ist. Ein bisschen gleichmäßig den Platz ausnutzen hier, damit ich entsprechende Nahrung kriege. Ich muss im Moment nicht zu präzise vorgehen hier. Mit dem Platz, mit dem ganzen Platz ausbeute. Zum Glück nicht. Atta fjörne. Fahr das durch. Jetzt geht es. Sehr gut. Ne, habe ich noch gar nicht. Das Spiel hat mich verarscht. Stimmt noch gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur 20 Steine habe. Hallo? Bin ich voll veräppelt. So, da könnt ihr drüber stehen bleiben. Wobei, hier oben kommt keine langen, ne? Passt schon. Hier unten kommt eigentlich auch keine langen, aber ich hätte die da trotzdem gerne noch herumstehend. Geldenergie. Energie. Ja, das passt. Was kriegen wir hin? Ich habe sehr viel Hoffnung und reparieren. Welche Teile sind denn kaputt hier überhaupt? Ach, die eine Holzmauer. Okay. Quasi das Offensichtliche. Ha, hm, hm, hm. Wenn ich hier nochmal einen abgeschlossenen Bereich mache vielleicht? Oder einfach hier nochmal einen Bereich, wo eine Mauer drumherum kommt? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss quasi noch was zum Zurückfallen haben. Falls mal alles schief gehen sollte. Warum auch immer es das tun sollte. Ich meine, planen tut das natürlich niemand. Oder ein Plan wie mehr. So. Kann ich jetzt Soldaten bauen? Nein, ich habe nochmal kein Gold. Mist. Ja, ich muss die Bereiche aufräumen. Es gibt eine ganze Menge Sinn. Jetzt habe ich... Ah, ich habe... Ich habe Geld. Sehr gut. Ähm, das kann hier hin. Also, ja, der kann ruhig hier hin. Heißt, hier habe ich jetzt noch eine Mauer mehr, die nicht so ewig viel aushalten wird. Hier sollte ich wahrscheinlich noch eine mehr bauen. Damit es zumindest schön und überzeugend wird. Das ist okay. Oder überzeugend der. Das passt. Ich hoffe mal, das passt. Ich muss noch mehr Geld anpflanzen hier quasi. Ich könnte jetzt nochmal eine eigene Mauer draußen drumherum bauen. Für den Fall. Weil das sollte man eigentlich bei der Schwierigkeitsstufe, bei der Einstellung eigentlich nur noch nicht machen müssen. Letztendlich ist es nur eine Art Platzverbrauch. Platzverschwendung. Ah klar, man kann das hier natürlich in einzelne Kacheln einteilen, ne? Dass man da entsprechend... Dass das nicht alles sofort verloren geht. Problem ist, hier kann ich jetzt mit den Soldaten halt ziemlich schlecht ran. Das heißt, selbst wenn das hier alles langsamer fällt, irgendwann fällt es dann quasi doch... So unfassbar hilfreich sollte das eigentlich nicht sein. Aber wer weiß, ne? Vielleicht ist es ja trotzdem toll. Wer weiß, was hier alles passiert. Was? Die wollen hier through-braken. Ich muss hier nochmal ein anderes Tor ran bauen. Dass die nicht unbedingt auf den Schienen langlaufen hier. So, da ist jemand zweites noch. Sehr gut. Komm. Was fehlt denn noch? Ich habe im Moment... Eigentlich so richtig, so unfassbar... Fehlen tut eigentlich gerade mal nix. Ich brauche jeden Soldaten, brauche ich... Arbeiter, Holz, Gold. Das heißt, ich brauche Arbeiter. Wie man sich vielleicht denken kann. Aber auch mal eh. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eh die Aufgabe hier. Dann kümmern wir uns um unsere Aufgabe, unsere Bestimmung. Ich hätte gerne feste Verteidigungstürme. Das wäre sehr, sehr schön. Dass man die sich erforscht und dann damit tatsächlich auch mal ein bisschen schießen kann. Damit man keine Soldaten hier stehen haben muss. Wäre ich doch durchaus freund von. Ah, das... Das wird in dieser Mission noch nicht der Fall sein. Warum kann man sich keine Ressourcen verklauern? Das ist ja praktisch. Wir Ressourcen haben. Tag 10. Noch immer nicht Millionär. Machen wir das. Ich habe... Ich will hier nicht extra noch eine Mauer drum machen. Theoretisch... In aller Theorie. Sollte das hier reichen. Die können zum Glück nicht durch Bäume durchlaufen. Von daher... Das sollte schon mal eigentlich... Hier, ne? Das ist halt eine natürliche Barriere. Theoretisch passt das. Sehr viel Theorie. Aber wie das mit Theorie und Praxis so ist. Es gibt manchmal leichte Diskrepanzen. Von daher... Muss man da ein bisschen aufpassen. Nahrung. Noch mehr Nahrung. Noch mehr Nahrung. Jetzt habe ich hier noch den Platz mehr eingenommen. 16. Uhu. 15. Uhu. Da wären die 17 drin gewesen. 80 Gold. Da werden Bows und Arrows gefertigt. Da fallen die so langsam hier. Auch wenn sie die Mauer da so ein bisschen beseitigen wollen. Ich kann das hier mir direkt hochpacken. Ich glaube nicht, dass hier unten viel... viel Krawatt passiert. Von daher machen wir das. 206 Leute. Ich packe das gerade viel zu eng hier. Hier kommt niemand mehr durch quasi. Ja, ich müsste das quasi nochmal einzeln einmauern. Aber naja... Das passt. Das passt schon. Ich habe Hoffnung und Fantasie. Beides zusammen ist eine gute Kombination. oder eine ziemlich gefährliche Kombination. Aber vielleicht, wenn ich eine zweite Kaserne noch baue, kann ich noch schnelle Einheiten ausbilden. Wobei, ich müsste erstmal konstant überhaupt ausbilden hier. Vielleicht hilft das. Aber wenn ich jetzt die hier alle nehme, dann sind das noch nicht genug, um tatsächlich... um was aufzuhalten hier. Aber von der Tendenz könnte ich das schon wieder erkunden gehen. Es wäre durchaus machbar. So, oben noch mal ein bisschen hier... uns ausbreiten. Das dauert... Steht hier bei... Wie lange das dauert? Ne, ne? Sonst hätte man tatsächlich noch mal eine zweite Kaserne bauen können. Ich mache das einfach mal. Zack. Dass man entsprechend schnell mal ein bisschen was reißen kann. Falls es hier langsamer dauert, als dass ich neue Ressourcen kriege. 206 Leute. 234 Leute. Okay. Noch immer keine 300. Nicht genug Ressourcen. Nahrung fehlt natürlich. Warum fehlt aber die Nahrung? Dass die alle am Futtern sind hier, ey. Das ist ja furchtbar. Nur am Spachteln. Zack. Ganzen Tag alle nur am Essen. Na klar, macht auch Spaß. Ist auch in Gesellschaft schön, aber nicht so. Kannst du auch übertreiben hier. Au. Hier habe ich es noch gar nicht gemacht. Was? Da habe ich noch gar nicht alle möglichen Bereiche besetzt. Okay. Huh. Zack, zack. Das geht sogar nicht. Ich kann nur noch... Mit beiden gleichzeitig produzieren. Wahnsinn. Tag 13. Ich bin mir im Moment nicht sicher, wie weit ich eben gewesen bin, beim ersten Anlauf. Bei dem Tag, wie viele Einheiten oder wie viele Sachen ich da gehabt habe. Das weiß ich gerade mal nicht mehr. Ich baue das hier einfach mal noch so quer durch. Schön ist nicht, aber es geht. Das sieht schon ein bisschen bescheuert aus. Aber warum auch nicht? Ich mache das mal dicht hier nach oben. Dann kann man hier vorne durch. Wahrscheinlich rennen auch alle hier vorne durch. Man kommt es schon noch hoch. Vor allem, ich hätte hier einfach... Ich mache das mal weg. Auch das geht nämlich. Ich mache hier auch immer noch ein Tor rein. Das ergibt heute eine ganze Menge Sinn. Und dann noch ein Tor. So. Und Einheiten. Ein bisschen umfallen. Ich glaube, ich bin mit zwei Kasernen gar nicht mal so schlecht. Solange ich hier noch Nahrung habe, ist es okay. Die brauchen keine Nahrung. Die brauchen Arbeiter. 30 Arbeiter habe ich noch. Das heißt, wenn ich sonst nichts brauche, kann ich noch 30 andere Gebäude bauen. Kann ich noch 30 Einheiten bauen. Oder halt, oder ich muss sowieso hier noch mehr Kolonie Kasper aufbauen. Von daher. Ich kann die ruhig verbraten hier quasi. Das ist wiederum ein Problem mit dem Strom und mit der Nahrung. Mit der Energie. Äh, mit dem Gold meine ich. Immer das Gleiche. Ich glaube, die zwei, das ist schon mal gar nicht schlecht hier. Hier zwei Stück zu haben. Da ist jemand aufgestiegen. Nice. Sehr gut. Da ist jemand aufgestiegen. Dieser gelben, äh, genau, der gelbe, der gelbe Wobenschütze ist aufgestiegen. Das ist schön. Das heißt, nämlich, dass die schneller schießen und mehr Schaden machen. Was sehr praktisch ist. Habe ich was erreicht? Nee, ne? Natürlich habe ich nichts erreicht. So. Ihr dürft ja oben ruhig, ich muss ihn aufräumen. Mal verfolgen, machen hier, das passt. Ein paar Opa, in, 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 in Warteschlange schicken. Ja, das sind noch, das sind noch, na gut, das sind jetzt so viele wie eben, aber ich habe, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit jetzt. Okay. Und da will ich jetzt gar nicht wissen, wie das Spiel dann ist, wenn man das nicht auf 100%, sondern auf 800% Spiellichkeit spielt. Ich habe kein Blas und Schimmer, was das dann wird oder welche, welche Ausmaße das Ganze dann annehmen wird. Kein Blas und Schimmer. Es wird schwerer, ne, logischerweise, aber ich weiß nicht, wie viel schwerer und wie das denn genau aussehen wird. Kinder, es bleibt mal da oben, das ist gut, das ist besser für euch. Natürlich wollen die auch da ihn erkunden und gucken, aber das ist Quatsch. Halt. Was? Achso, das ist okay. An der Stelle ist das okay. So. Ich glaube, ich glaube fast jetzt, dass die Wände kaputt gegangen sind, weil einfach ich an der Stelle den Angriff nicht gebremst habe, dass das tatsächlich das Problem gewesen ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier tatsächlich viel Verteidigung baue, dann sollte die eigentlich eine gewisse Zeit lang standhalten. Man muss sich halt nur um die Gegner auch kümmern. Das habe ich ja nicht gemacht vorher. Das habe ich ja ignoriert vorher. Von daher, ich denke, das wird das Problem gewesen sein. warum das 1 damals schief ging. 290 Leute, meine Güte, das ist ein bisschen albern. Das ist ein bisschen sehr albern, dass es gerade so nicht reicht. Kann ich noch Nahrung anbauen irgendwo? Ich hätte gerne mehr Nahrung. Jetzt hätte ich gerne so eine Übersicht, dass man tatsächlich aus der Entfernung schon sehen kann oder genauer sehen kann. Wo denn, wo denn, noch Platz ist. Ich muss das quasi hier oben haben, um mit Nahrung zu haben. Das heißt, ich baue mich hier schon mal aus. Hoffentlich. Kann einfach da ein paar Produktionsgebäude mehr haben. Das ist alles zu dicht dran. Das ist natürlich blöd. Kann ich noch mal Wasser hier? Noch mal Angler da hinpacken? Doch, kann ich. Oh, praktisch. Also, ich habe hier nur bisher einen gehabt. Okay, okay. Hatte ich nur einen bisher. Warum rennen die nach unten zum Verfolgen? Ich halte das für Quatsch. Wie gesagt, die Taste ist nicht immer die Geizte. Verfolgen kann sehr praktisch sein, aber nicht immer. Nur noch 290 Leute. Theoretisch müsste das hier dann reichen, oder? Das bringt immer plus 4 Kolonisten. Das heißt, noch einen weiteren. Das sollte reichen. Dann sind das 300. 300 ist ja das gewünschte. Okay, da oben ist echt nichts mehr zu holen. Dann muss ich hier oben nochmal lang. Ich weiß nicht, ob der Zug meine eigenen Leute überfährt oder Gegner überfährt. Kein Wasserstimmer. Wäre vielleicht manchmal ganz interessant zu wissen. Wäre ganz hilfreich. Aber ich werde zumindest mich hier oben nochmal ein bisschen ausweiten. Einfach um hier noch eine Mauer wahrscheinlich zu haben. Einfach damit ich hier zumindest an einer Stelle das langsamer machen kann und nicht beide Wellen oder beide Gegenden gleichzeitig habe zum Bekämpfen. Das ich nicht beides gleichzeitig bekämpfen muss. Das hilft vielleicht. Ja, und ich könnte wirklich sogar noch eine zweite, äh, noch eine dritte Kaserne bauen. Können wir eigentlich machen, ne? Wo wir schon mal dabei sind. Wobei ich dann auch gleich keine Arbeiter mehr habe. Die da für mich dann fleißig wehren. Wie sieht es aus? Okay, das ist wunderbar. Der Teil klappt zumindest. Wahrscheinlich bringt mir die Kaserne nichts, solange ich hier, äh, nicht noch weitere, ähm, ne? Wenn ich dann nicht genug Arbeiter noch frei habe. Ja. Hier unten ist auch noch so ein bisschen rotes Rumgewackel. Aber das ist, es interessiert sie so überhaupt nicht, ne? Gefühlt. Das ist voll in Ordnung. Da ist nicht wirklich viel zu befürchten hier. Ja, die schießen früher, die positionieren. Das ist so leise wie den ganzen Bögen. Das ist super. das hat was fast idyllisch ist. Kaserne ist abgeschlossen, sehr gut. Jetzt habe ich echt nicht genug Möglichkeiten zum Leute ausbilden, weil ich einfach keine Leute mehr habe. Das heißt, ich müsste noch mehr Einwohner bauen. Dafür brauche ich wieder noch mehr Nahrung, die ich nicht habe aktuell. Wobei ich dafür ja diese, diese anderen Bereiche jetzt habe hier. vierzehn. Warte mal, vierzehn? Was ist das für dich dran? Na zwölf? Vierzehn, das passt. Ja, ich werde es nochmal ausbauen hier, dass ich hier oben zumindest tatsächlich eine Mauer bauen kann. Und hier vorne meinetwegen vielleicht auch. Wobei ich glaube, hier komme ich mit dem Strom nicht rüber, befürchte ich mal. Das weiß ich gerade mal nicht. Komme ich hier rüber? Eigentlich müsste ich hier nicht rüberkommen brauchen. Okay. Von Norden, natürlich von Norden. Ich pause hier mal kurz. Von Norden kommen sie. Wenn ich das hier entferne, kann ich hier dann Strom hinbauen? Nö, Mist. Da passt nichts mehr vor. Da hier in einem Schräg, es passt auch nichts hinter. Das ist natürlich blöd. Ja, jetzt komme ich hier oben aber noch nicht mit der Mauer hin. Oder doch, ich kann hier schnell hinbauen. So, Mauer, passt. Da werden sie zumindest ein bisschen aufgehalten. Jetzt muss ich halt nur gucken, wo sie dann zuerst kommen und wo ich dann, wo ich den Chancen habe zu überleben. Wenigstens kommen sie von oben. Die werden nicht überfahren, fantastisch. Das ist praktisch. Ich habe mehr Einheiten als im Vergleich zu vorher. Ich habe ein paar mehr Mauern im Vergleich zu vorher. Das ist schon mal okay. Weil ich hier noch eine mehr, hier kann ich noch noch mehr bauen. Äh, warte. Also, könnte ich mehr bauen. So, wunderbar, das ist schon mal gut. Das sollte helfen. Oh, da sind Ressourcen. Und ich sollte wahrscheinlich, äh, anfangen, runter zu rennen. Ich sollte runter rennen. Okay, ich bin gespannt. Ich würde zumindest die erste Mission gerne schaffen. Das ist ja doch sehr vorteilhaft. Da sind das die, die jetzt kommen hier. Okay, sind das jetzt doch alle, die aus der Umgebung kommen hier? Sind das doch alle, die hier oben waren? Okay. Ja, das ist ja okay da oben. Das können sie ja machen. Das ist allgemein, dass ich komme jetzt hier auch nicht so schnell durch. So, dafür kann man dann schnell das umbauen. Blöd ist doch, wenn die jetzt hier doch noch wieder ankommen. Deswegen muss ich dann mal kurz ein bisschen, äh, kurzzeitig blockieren. Okay, das geht gut. Ein bisschen kiten hier. Ich muss mich mal hinter die Mauer stellen. Oben verliebt ein paar Gebäude, aber es passt. Hier sind es doch nicht wenige. Also kommen die doch von hier oben und es war letztendlich nur so ein blöder, blöder Nebeneffekt an der Stelle. Okay. Das ist okay, dann war das einfach nur, dann war das einfach nur Pech eben. Eine gewisse Menge Pech. Hä, von da unten kommen sie auch. Komme ich da noch hin? Nein. Kann ich das abreißen? Ja, kann ich. Ähm. So ein heiteres Notfall bauen jetzt hier. Das ist immer etwas uncool, aber es funktioniert tatsächlich. Zum Glück kann man das zu einer gewissen Menge noch machen hier. Okay, das heißt, ich muss nämlich erst mal oben unten kommen hier. Aber so ein Teil bleibt dann auch hier oben tatsächlich. dich. Okay, das geht. Hier unten sind sie erstaunlicherweise nicht. Da gehen sie aber hin. Das ist halt praktisch, dass man pausieren kann hier. Das ist okay. Das sollte auch okay sein hier. So sollte es tatsächlich auch okay sein. Ja, das passt. Oben passt es auch. Wunderbar. Halt. Unten passt es auch. Okay, wunderbar. Ähm, Ende gibt es 90. Ein Versuch minus 10%. Okay. Das war keine, es war eine schwere Geburt. Aber hey, geschafft. Wow. Wobei, die Helden-Einheit habe ich jetzt überhaupt nicht gesehen, oder? Jetzt kann ich auswählen. Bescheide weg und die Jäger auen und äh, der letzte Bunker. Schwierigkeit ist überall eins. Interessant, interessant. Es gibt noch einiges zu tun hier. Von daher, ich mache nochmal, ich werde noch eine weitere Aufnahme machen, auf jeden Fall. Und, ah, aha, interessant. Forschungslabor kannst du die erspielten Forschungspunkte zu verbessern deine Kolonie verwenden. Okay, das ist anders. Die Forschungsübersicht kannst du mit der linken Maustaste oder den Pferdtesten verschieben. Um eine Technologie freizuschalten, wähle sie mit der linken Maustaste aus. Du kannst die Ausweiterverbesserung entfernen, solange du in der aktuellen Phase sie hört, anfängst. Das ist tatsächlich neu. Machen wir beim nächsten Mal, glaube ich, schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an. Okay, 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 Verbesserung. Sensationell. Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe einen Punkt über. Machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen hier bei Nya Billions, die Kampagne und bis dahin. Nachdenkamer. Na ja. Nein. Da.